hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei green hell und ja wir haben die das haus soweit fertig eigentlich ist soweit fertig jetzt muss ich nur gucken was ich hier mal hin bauen da habe ich hier vielleicht noch irgendwas baue das ist jetzt das geht gar nicht hin das hier würde gehen nein das wollte ich nicht ich wollte mal was ausprobieren schade das hätte ich gerne anders gehabt von daher das hier wäre sehr kacke aus dann mache ich das noch mal anders wie kann man da oben genau später was oben drauf hier drin nämlich auch noch eine ding ist dann können wir hier den aufenthalts unten machen wir aufenthaltsraum und so weiter und so fort und hier machen wir dann küche und so was hin mit ein paar lagerstätten und so ein bisschen zeug holen aber die war eben noch nicht da ich habe vergessen jahren zu holen fällt mir jetzt gerade auch durch die see war nicht immer eben kurz um die eck so dann holen wir noch mal eine ladung mit einer wagen ladung hilft dann erreicht das ja schon und was später noch einiges an bambus gestell also hat also hat gar nicht aber ist egal zwei stück dann noch immer schon wieder wie soll ich denn jetzt falsch ausgebildet also ein bisschen die nicht irritiert ja ich komme auf jeden fall mit aus ich habe da oben ganz oben drauf nämlich doch was vor lieber gespannt wie euch das so gefällt dann ich muss die tür besser auf eigentlich dann auch mit dem mit den stöcken auskommen die noch drin sind jetzt zwei stück 93 dann sind wir schon durch nein das wollte ich nicht eine seite brauchen wir dann noch mehr da brauchen wir noch ein paar seite zwei stücke mal glück gehabt ich glaube da waren auch nur noch zwei drin sechsmal seite brauchen dann noch noch mehr stämme machen wir ja wieder uns drauf ich habe gar keine seite hallo hallo sein auch junge ich habe mich hier vorange also 44 stück hat man glaube ich nach oben vielleicht doch noch ein paar stämme holen hier können wir nach oben vier oder sechs vier stück sind da drauf das war 96 das war nur der schon gedacht da kommt jetzt nicht immer auf den ameisen hügel menschen dabei schnell ja tut mir leid ich kann doch nicht für hier mit falschen baumstamm aufbogen so mit dem neuen kriegen wir auf jeden fall doch habe ich ja schon hätte auch nur acht gebraucht aber sollen wir noch einen im hintergrund der hinterhand als ist der eine war ganz runter fällt noch halb voll ach quatsch warte mal das wollte man mit matsche machen ja da ist hier woanders 2 3 4 5 6 7 8 8 4 4 wir wollen wir gehen einfach mal so runter katze hat sich gerade den kopf gestoßen dann könnten wir die stämme runter holen nehmen wir schon mal die ersten lehnziegesteine dahin sollte das alle das ist kostbar fünf stück auf eine stelle hoffe ich mal dass die anderen beide auch noch sind dann ist nämlich 15 da müssten wir wie viele kommen da auch sechs stück müssen wir zweimal machen dann ich habe natürlich mal wieder vergessen kann was stellst du wieder an da ist noch zweimal gut zweimal für zwei fuhren da wird eingefallen voll die ist voll die ist voll die kiste sind dann halt auch nur für gedacht zum notfall machi 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 hier kann ich von da aus drauf gucken aber nicht von da das ist eigentlich mit unserem kleinen kätzchen haben wir jetzt auch noch nicht gesehen heute ne keine katzen keine eingeborenen nichts und so wie es aussieht ist es nicht gefixt worden bisher oder doch eingepackt dann haben wir schon mal zwölf wir wollen dann noch eine schmure vielleicht verschwären wir auch den spawn von der schlange ja was kleines schweinchen ist doch mal 15 passen da drauf warte mal fällt mir gerade ein bevor ich da hoch gehe nur noch zwei das ist ja schlecht das hat auch wieder fit dafür oben nehme ich doch fast vor noch erwähnt hatte ich das schon wollen wir hier nämlich auch alles dicht schon mal da wollte ich um davor ob das sieht daran wird ein kleiner abschluss von dem haus ach das geht ja gar nicht verdammte axt dann hätte ich hier was anderes machen können können ja und auf gar nicht mehr bauen könnte ich jetzt mit dem motto oder sowas glaube ich aber wie gesagt ich möchte hier nicht keine bots installieren eigentlich ja ja piepst du mal war dann also wenn wir das dach jetzt fertig haben das habe ich wieder vergessen war das doch dann fertig haben aber schon dann aber eigentlich das haus komplett schon fertig also so die den groben aufbau dann fehlt halt nur noch die inneneinrichtung so die jetzt bei coden macht ihr jetzt mal weil kann der sein ich wieder falsch drücke und eine esse ausnahmsweise mal nicht gemacht und ich habe das geht ja recht schnell eigentlich doch wenn man das so dazu macht du bist das hat schon gedacht der jaguar oder kommt oder der prüger kommt schon wieder an aber war nicht unser kleiner pikachu wieso geht es später oder das ist da war ja was zu hören kann ich da mal dran nicht die linke seite die meine fresse die können die 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 drücklinge hier die können die auch mal ein bisschen verbessern wäre man nicht schlecht genau aus vielleicht wie gesagt auf jeden fall dass da kriegen wir fertig schade dass es nicht klappt ich will ich zeige euch gleich mal was ich meinte mit was ich noch vor oder hatte vielleicht war doch mal überlegen und vielleicht doch so ein motto installiert wird nur wenn wir der speicherstand kaputt geht war es halt das mit dem spiel steht ja nicht so auf entschraudet oder paul aber wenn ich auch mal das braucht das sieht ganz nett aus ich habe für absolut noch nie was mit pokémons oder so zu tun gehabt aber ist ja so ein ableger zwar den aber fertig den aufkommert ich will man nicht und dieser pen das war waschen und können essen die wie essen die wasser ich habe mal wieder dran hier schon lange nicht mehr hier hatte ich auch schon lange nicht mehr bleiben ich habe den bogen ausgerüstet wegen dem und hier ach sie das schön aus schade dass du das nicht erweitern kannst finde ich jetzt sogar viel zu klein so würde ich sagen gehen wir erst mal ein bisschen schlafen ich gerne fackeln hier dran machen das wäre schön fackeln an der wände oder an den von mir aus an den an den stemmen von der deckenhalterung das feuer ist jetzt aus verdammt aber eigentlich ist ja wurscht hat er doch nichts gemacht aber so könnten wir das hier in ruhe lassen und das dann hier oben machen das sieht auch viel schöner aus wenn das hier oben hier ist machen sie mal das hier oder das hier benutzen miss faser also hier sollte die küche hin ich gucke mal kurz was man hier alles dann machen kann ob man hier auch tische bauen kann jetzt einfach mal nichts außer die zwei dinge duschen wäre natürlich nicht schlecht kann man die kann ich hier noch oben bauen mit duschen kann ich die links doch hier drauf bauen was soll ich euch zeigen wollen erst mal das hier oh ja die könnte ich ja hier oben hin bauen aber da bin ich jetzt nicht sicher ob das nicht durch den boden noch durch geht weil sie duschen wäre natürlich geil dusche sonn dusche heute für holz schalte kann ich die eigentlich auch in die die kömmlichkeiten mit holz waren okay das ist ja nicht so wild würde ich glatt mal ausprobieren warum brauchen wir wieder matschepampe führen war ja noch da ich weiß nicht wie viel man genau braucht runter hier holz schalte waren es zwei mal glaube ich doch hier dann brauchen wir noch die stöcke immer ein paar mit und dann glaube ich noch mal so ein stamm einfach mal das ding kaputt geht ich hoffe ich dass das nicht da drunter durch rat wir zur not machen wir da eine irgendwas hin noch war da so zwei regale hin oder sowas alles dingens warte mal warte mal warte mal mal noch zwei dazu dann fahren wir nochmal hoch warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal sechs lange stöcke und mich ja doch immer runter dann kommen noch zwei lange stöcke dazu auch nichts gemacht jung oder bräuch aber mehr wenn wir jetzt für und ich glaube da brauche ich dann bambus stoppen da brauche ich doch mal eine ladung na gut dann machen wir das in der nächsten folge glaube ich weiter weil wir sind jetzt schon bei 92 minuten ein bisschen länger machen oder komm mal ein bisschen länger das ist einmal einmal ist keinmal was mein erstes einziges mal war wie da fängt es an zu regnen so schneller ohne eine ladung davon ist ja nicht so bild jeder schon fertig wird nach hause sogar noch gesäubert ein bisschen was mich erschreckt und irgendwo hat man dann noch ein bambus stock okay alles klar läuft oder einfach mal alle rein ich habe hier habe ich mal und hier war noch einer genau sammeln das können wir auch von oben mann eben alles nein aber leider nicht die andere seite die muss ich so nehmen schade nämlich blöd wird jetzt nicht immer ihr stück reicht was wir genau eine ladung bambus stock war klar ich habe dann beim bambus stock nie nicht dadurch dass ich keinen platz hatte liegt er da wahrscheinlich jetzt drin irgendwo natürlich war klar aber ab jetzt können wir uns hier drin duschen wenn es regnet und voll gelaufen ist das ist mir klar also müssen wir warten bis es regnet und dann sind wir eigentlich durch nicht also fertig ich wollte euch das zeigen weil ich wenn ihr bis hier durchgehalten habt herzlichen wunsch wo sind das noch die hätte ich sonst nämlich doch hier hingestellt so ist da so als dach abschluss aber dann kommt in der nächsten folge noch die wand das dahinten gehen den baum werden werde ich wohl nicht machen aber hier wird erstmal dann noch eine dingensumbezäunung gemacht und dann wird das feuer gestellt und dann können wir mal gucken auf angegriffen werden also ich wünsche euch da einen schönen tag bis zur nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen denkt an abo und like und kommentare natürlich immer gern gesehen also bis zur nächsten folge bye bye